Radio SAW. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. OMD. Made of Orleans. Wenn Johanna von Orléans ein Herz hatte, würde sie es wie ein Geschenk weggegeben haben? Zu jemandem wie mich, der so zusieht, so wie ein Engel es tun würde. Ihre Träume sind es, das Herz zu geben, wie eine Weisin am Wegesrand. Sie hat sich so gekümmert, sie hat sich so geopfert, ihr Körper für das Graben. Der Walzer, der die Welt bewegte. OMD. Made of Orleans. Für die Nationalheilige Frankreichs für Jeanne d'Arc. Johanna von Orléans. Einfühlsam, einprägsam und immer wieder da. Und wenn ihr weiter mitfühlen und auch mitleiden wollt, dann hört es euch immer wieder an. Alle Folgen von Was heißt das auf Deutsch? hier aus der Classic Show sind auf radio.saw.de. Auch OMD. Made of Orleans. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land. Superhits und Products. Superhits und der